Bauschbauer 1974, begrüßt euch zurück bei den berühmten Detektiven Sherlock Holmes aus Englern. Naja, mehrfalls im vorigen Video, also das da hier untersucht, das Frigiderium, und haben dann hier also einen Geheimgang faktisch gefunden. Und da werden wir es jetzt runterseilen. Ja, da werden wir es jetzt hinunterseilen. Wir sind da wahrscheinlich... Was ist dieses Ort? Ich bin nicht sicher, Watson, aber alles zeigt, dass es das letzte Ort, die von Sir Rodney Bentcliffe besitzt wurde. Wir sind jetzt am Ende dieses Mysterium. Ja, auskennen können wir da, Gott sei Dank. Gut, was haben wir da jetzt alles? Wir sind da in einem Gewöhl bei. Ah ja, sollte ich eine Stelle nicht untersucht haben, sofort in die Kommentare. Was haben wir da? Halt! Ja, ich bin ja selber interessiert. Weil ich will mir nicht vorwerfen lassen. Also, dass ich da... A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. Ich will mir da nicht vorwerfen lassen, dass ich da nichts anschau. Ja. Was haben wir hier noch? Boah, ärgerlich. Nur ein Gewölbe. Vor lauter Schut und alles. Aha. Boah. Alter, was ist das? Halt's die Geräusche. Waha. Oh. Waha. Fresco. Das ist abgepeelter hier. Fresco. Mithras, der God, clothed in Anatolian costume, and wearing a Phrygian cap, killing the bull. Was hat er gesagt? Mithras, the God, clothed in Anatolian costume, and wearing a Phrygian cap, killing the bull. Aha. 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 Das sind immer sehr gute Informationen, was das Schildkommst du gibt. Aha. Aha. So, wir werden mal durchschauen. Fresco, fresco. Aha. 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 Die Intidationsstufen des Mythoskult. Nicht schlecht. Sollen wir da? Ja. Das müssen wir da mal analysieren. Das müssen wir da mal analysieren. Gut zu wissen. Okay. 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 Warte mal. Jetzt ist mir mal... Was war denn das jetzt eigentlich? Was war denn das jetzt eigentlich? Was war denn das jetzt eigentlich? Instidationsstufen des Mythoskult. Okay. Okay. Ja, nicht schlecht, das Ganze. Gut. Tun wir mal da jetzt. Tun wir. Mhm. Älte. Weiß jetzt nicht, wie das jetzt da bei YouTube kommt, aber... ...die Geräusche sind der Wahnsinn. Fuck, oder? Was ist das? Lauter Toten Scherl. Bist du deppert. Fuck, oder? Okay. Was haben wir da noch? Aha. Haben wir da. Was? Was? Säule untersuchen. Da liegt ein Brennholz. Ich scheiß mich an. Okay. Es wird ein Licht. Huh. Huh. Ah. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Ich bin eindeutig zu alt für diese Scheiße. Skelett. Wahnsinn. Was haben wir da. Wie freiblich. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. Das ist ein Schuss. Wie dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. A Rodney, aha. A shoe. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. I mean... Okay. I will nix sagen. I will nix sagen. Mittlerweile ist da ein zweites Symbol aufgetaucht. Hmm. Hmm. Mittlerweile ist da ein zweites Symbol aufgetaucht. Dieses... Da. Schatten untersuchen. Was haben wir auf der Gegend überliegenden Seiten da? Oh, da war vieles. Da, mein, was bin ich so schnell gegangen? Eingestütztes. The pillar collapsed a long time ago. Aha. Das heißt, das, äh... Da, mein, kann man da jetzt irgendwo auzinten. Komm, das ist da irgendwo auzinten. Da, mein, echt. Nee. Da, mein, da, mein, nix. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. Mhm. Da haben wir so eine eingewickelte Mumie. Bevor wir die Schatten da anschauen, möchte ich mir das da nochmal anschauen. Säule untersuchen. Brennholz. Und Symbol Nummer 3. Wunderbar. Gut. Leider ist die Zeit auch schon wieder aus. Leider. Gut. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bausprache 1974. Tschüssi. Baba. Ciao.